Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video haben wir eine Formel für den Gesamtfehler bei monotonen Funktionen kennengelernt. Die werden wir jetzt in diesem Video brauchen und anwenden, denn unser Ziel für dieses Video ist, dass wir jetzt eine Fehlerabschätzung tatsächlich durchführen, für das Beispiel, das wir jetzt schon ein paar Mal aufgegriffen haben. Also, die Funktion f mit der Vorschrift f von x ist 0,1 mal x² plus 1 ist im Intervall 1,8 monoton wachsend. Das heißt, wir können die Formel von vorhin verwenden und wir teilen das Intervall jetzt in n gleichbreite Teile und nähern den Flächeninhalt Groß A durch Untersummen und Obersummen an. Also, hier die Grafiken entsprechen wieder genau dem, was wir bis jetzt auch schon immer gemacht haben. Und jetzt stellen wir uns die Frage, ab welcher Zahl von Rechtecken sind die beiden Annäherungen sicher weniger als 0,01 von A entfernt? Das ist jetzt eine wirklich gute und wichtige Frage, die wir in diesem Video beantworten werden. Zunächst einmal eine kleine Vorarbeit, die wir leisten müssen. Und zwar, wir brauchen Formeln für dieses Beispiel hier konkret für Delta x und eben den Gesamtfehler in Abhängigkeit von n. Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir über die Ergebnisse. Also gut, wenn wir uns an das vorige Video erinnern, dann können wir hier für Delta x uns gleich daran erinnern, dass wir diese Rechtecksbreite dadurch bekommen, indem wir die Breite des gesamten Intervalls berechnen. Das wäre in dem Fall 8 minus 1 und dann diese Intervallbreite durch die Anzahl der Rechtecke dividieren. Also 8 minus 1 durch n oder eben 7 durch n wäre dann hier unser Delta x. Und für den gesamten Flächeninhalt können wir ebenfalls in die Formel von vorhin einsetzen. Wir erinnern uns daran, dafür müssen wir nur Delta x mal und dann in diesem Fall hier f von 8 minus f von 1 berechnen. Also Delta x mal f von 8 minus f von 1 und dafür erhalten wir 7 durch n mal 6,3. Und das ist dann weiter gleich 44,1 durch n. Und damit haben wir eine Formel für den gesamten Flächeninhalt dieser Fehlerrechtecke in Abhängigkeit von n gefunden. Und auch hier sehen wir wieder, wenn wir n groß genug wählen, dann wird dieser Fehler sicher sehr, sehr klein. Na gut, dann schauen wir uns an, wie groß muss n sein, damit der Unterschied zwischen Unter- und Obersumme kleiner ist als 0,01. Zur Erinnerung, für den Fehler in Abhängigkeit von n gilt hier, dass Groß e von n gleich 44,1 durch n ist. Also, wie groß muss n sein? Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann vergleichen wir die Ergebnisse. Also gut, wir wissen, Groß e von n soll kleiner sein als 0,01. Jetzt können wir für Groß e von n einsetzen und bekommen dann eben 44,1 durch n kleiner als 0,01. Und jetzt können wir das hier umformen und erhalten n größer 44,1 durch 0,01. Und das bedeutet ganz genau, dass n größer als 44,10 sein muss. Also können wir jetzt noch hier einen Antworttext formulieren. Also, fülle hier die Lücke im Text, nimm dir dafür nochmal kurz Zeit, pausiere kurz das Video, dann sprechen wir noch kurz darüber. Also gut, Achtung, hier muss man berücksichtigen, n muss größer sein als 44,10. Das bedeutet, ab 4.411 Rechtecken unterscheiden sich Unter- und Obersumme um weniger als 0,01. Der tatsächliche Flächeninhalt Groß a liegt natürlich dann noch immer zwischen Unter- und Obersumme. Und das bedeutet, dem sind wir dann wirklich schon ganz dicht auf den Fersen.